ja was tun ich lese heute ein kleines stück von michael krüger michael krüger war buchhändler buchhändler in berlin philosophie interessiert und so weiter ab 68 diesem jahr 68 war der chef lektor bei karl hansa in münchen und er hat dort diese karriere gemacht verlagsleiter geschäftsführer aber er hat dann in münchen eben auch die erste genossenschaftlich organisierte autorenbuchhandlung gegründet mit ein paar leuten 1973 und aus seinem ersten erzählband möchte ich heute vorlesen das ist michael krüger was tun eine altmodische geschichte erschienen bei klaus wagenbach in den quadheften der erste satz der erzählung heißt ich fuhr nach m um zu heiraten eine seite weiter fange ich an es waren ganz allein meine entscheidungen resultate jenes mentalen restes der ausschließlich zu unserer eigenen verfügung in uns existiert und von dem wir aus angst ihnen zu verbrauchen so wenig gebrauch machen was auch immer diese entscheidungen für folgen hatten ich verteidigte sie bis zur lächerlichkeit denn in der regel waren die folgen verheerend wie ich insgeheim nie anders erwartete was aber jeweils zu allerhand gedanken darüber anlass gab ob es nicht ratsamer gewesen wäre sie als lebensentscheidungen nur zu denken aber nicht auszuführen gedachte entschlüsse während sich das leben unbeirrt seinen eigenen weg suchte um früher oder später die menschliche komödie zu vollenden aber ich neigte offenbar dazu in bestimmten situationen und gemüts verfassungen mein leben verbessern zu wollen ihm eine dramatische wende aufzwingen zu müssen die natur der verhältnisse zu ändern auch wenn sich im rückblick stets eine wende zum schlimmeren herausgestellt hatte das natürliche gesetz energie zu sparen durch anpassung musste ich unbegreiflicherweise von zeit zu zeit bezweifeln auch wenn es danach in seiner unumstößlichkeit um so leuchtender strahlte während ich mühe hatte meine schäden als erfahrung zu maskieren und stets wurden solche entscheidungen im namen einer nebulösen sache getroffen die ich für mich ohne zögern als selbstachtung bezeichnete aus gründen der selbstachtung um meine selbstachtung wieder herzustellen aus selbstachtung kann ich das und das nicht tun bis ich gezwungen das und das zu machen wer mir diesen bösen geist meines lebens gegen dessen moralische aufdringlichkeit ich machtlos war eingepflanzt hatte weiß ich ebenso wenig wie die frage ich beantworten kann warum meine selbstachtung stets nur auf den trümmern meiner lebensarchitektur möglich sein sollte es sei denn selbstachtung und selbstzerstörung sind bei mir so aussichtslos ineinander verhakt dass die eine ohne die andere sich nicht entfalten kann denn das meine permanente empfänglichkeit für die im lichte der erfahrung verantwortungslosen einflüsterungen der selbstachtung der grund für massive selbstzerstörungen war daran gab es keinen zweifel fünf oder sechs im namen der selbstachtung herbeigeführte lebensentscheidung hatten mich zu dem punkt gebracht an dem ich mich nun befand aber nicht befunden hätte wäre ein anderes und weniger rigoroses lebensprinzip meine richtspur gewesen ich war arbeitslos verfügte über keinerlei geldreserven mehr und hatte allen grund anzunehmen mit noch nicht 40 lebensjahren in eine lebenskatastrophe zu gleiten die sich nicht die sich nichts anderem als einem künstlichen mythos verdankte michael krüger habe ich mal gesehen bei den lyriker tagen in münster und natürlich auch einiges mehr gelesen als dieses schöne buch werfen soll mals und hier hier hier